Und altmoinzen, back to the future, zurück in die Saison 2020-2021. Am Montag und Dienstag sollen Beratungen über weitere Corona-Beschränkungen in Baden-Württemberg stattfinden, so der Regierungssprecher Arne Braun. Ja, nur eine Sache wohl klar, Zitat, aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen. Herzlichen Glückwunsch, Symbolpolitik at its finest. Am Freitag durften wir in 2.1 gegen Mainz noch feiern im Stadion, auch da schon ohne organisierte Stimmung und in der Auslastung auf 25.000 Zuschauer beschränkt, aber halt vor allem eins, mit 2G plus und Maskenpflicht und Einlassphasen. Also sorry, also sicherer wird es nur noch, wenn man es möglich zu Hause isoliert im Keller anschaut. Geimpft oder genesen, dazu aktueller Test in der frischen Luft und Maskenpflicht. Und trotzdem wird es jetzt wieder Geisterspiele geben. Also ich könnte kotzen, ich will nicht mehr. Also Real Talk, ich könnte heulen. Das ist nun mal für viele, wie auch für mich, ein großer Teil des Lebens, ist es klar. Einfach ein Happy Place in gewisser Weise. Aber dann schränkt von mir aus ein, wenn es Sinn macht, machen wir ja schon seit zwei Jahren, hat man auch bis zum Beginn dieser Saison auch eineinhalb Jahre irgendwie geschafft, bei mir unter anderem durch Streams und durch die Community. Doch so leid es mir tut, so sehr ich auch die schwierige Lage im Land sehe, das macht halt einfach keinen Sinn. Also es wird nicht mehr sicherer als 2G plus und Maske im öffentlichen Leben. Wird es einfach nicht. Wenn selbst das dann nach zwei Jahren Pandemie immer noch nicht genug ist, dann können wir uns halt vielleicht einfach endgültig mal der Situation ergeben. Und wir hatten jetzt schon eine diskutable Kapazitäts-Obergrenze wieder. Reicht auch nicht. Es ist, wie auch beim Weihnachtsmarkt, reine Symbolpolitik. Weil man vermutlich einfach wohl nicht verkaufen kann, vieles einzuschränken, wie auch im Weihnachtsmarkt, und den Fußball weitermachen zu lassen. Das würde in der Gesellschaft wieder nicht gut ankommen. Ist mir doch wurscht. Dann halt nun das, wieder wie beim Weihnachtsmarkt. Wir schauen uns unsere VfB-Spiele halt zusammen. Bestenfalls auch in einer 2G-3G-Bar ohne Test und schnickimicki. Oder eben mit Kollegen einfach zu Hause, auch ohne Test und nix. Schauen wir uns uns eben da an. Oder chillen im Garten mit Nachbarn und essen da zu 10 Guzle und trinken Glühwein ohne Test und gar nix. Bei den Voraussetzungen ist man im Stadion schlicht und ergreifend sicherer. Aber dann machen wir es halt wieder, verlagern wir wieder das öffentlich kontrollierbare Geschehen in den nicht kontrollierbaren privaten Bereich. Ist bestimmt eine saubergeile Idee. Und dann, wie immer, ganzer Doktor in ein paar Tagen oder Wochen. Incoming, sowieso. Und da komme ich hier halt noch nicht mal auf den Frust von uns Geimpften zu sprechen. Fun Fact, es ist wieder ein Heimspiel gegen Bielefeld. Das ist das letzte Heimspiel mit möglicher voller Auslastung vor Geisterspielen ist. Das ist also das nächste Mal. Das ist das letzte Heimspiel mit Bielefeld.